Willkommen zurück zu einem weiteren Video von Observer. So, wir gehen auf den Dachboden rauf, denn wir wollen wissen, was das mit diesem Wurr-Vieh zu tun hat. In der letzten Folge haben wir ein Wurr-Vieh von den Qualen erlöst, sag ich mal so. Und auf geht's. Ich ahne auf jeden Fall Schreckliches. Sowas, was keiner sehen will. Auf jeden Fall blutet das Vieh. Das geht noch höher. Wollt ihr mich verarschen, ne? Alles voller Vogelscheiße hier. Alles voller Vogeldreck. Gute Frage. Kann da noch irgendjemand Verrücktes sein? Och, komm, schon immer dieses Gebückel. Oh, wassappatappa. Oshloch. Äh, hallo? Ach, da unten geht's weiter. Ne. Hier ist so ne Karte. Geht's net weiter. Ja, auch nicht. Da auch nicht. Hä? Das Blut geht hier hin. Ah. Uah. Leck die Luzi an den Nöbbeln, Alter. Was war das? Was ist das? Was ist das? Das kann niemals der Mörder sein. Never. Never ist das der Mörder. Ja. Niemals. Das kann ich gar nicht glauben. Wieso solltet er jetzt dort an dem paar Kabeln sterben? Das ist der Mörder. Das ist der Mörder niemals. Das ist der Mörder. Ja, los, wir verbinden uns. Das wird dein Sohn sein, Junge. Das ist 100%ig denn sein Sohn. Halt dein Maul! Kinder. Kinder! Kinder! Kinder. Ja, ja, ja. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Not now, Victor. Mommy needs to rest. Go and play, okay? Okay. Ich bin ein kleiner Junge gerade. Ich bin also ein kleiner gestörter Junge. Junge. Okay. Das Reh möchte, dass ich hier langgehe. Oh, hallo, Fernseher. Uh, yeah. What's wrong with his legs? Little freak! Hey, watch your fucking step. Hey, get out of here, fucking freak! Get out of here! Come, Victor. Dinner is ready. Yes. You're on the right path. We're almost done. You're almost there. You're almost there. You're almost there. Come, Victor. Dinner is ready. I don't like it. Please, you need to eat. Come on. Eat. 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 Yeah. What do you want to say? Get injured, that's not going well. Let's do it. Ich folge dir, mein Reh. Hallo? Mann! Was? Ja... 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 Ja! 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 Ah! Es ist ja so! Achim! Ah! Jetzt haben wir ein Gesicht. Jesus! Das ist Besuche! Da ist das Rechen. Das sieht mir so aus wie der Wohnbereich, wo mein Sohn gelebt hat. Ich kann mich aber auch täuschen. Das ist gut. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Wie kann man hier noch Schränke öffnen? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ich bin besser auf da, als ich... Stop yelling! Du machst es nur schlimmer. Ich mache es schlimmer? Schau mal auf ihn! Es ist grotesk! Es ist schrecklich! Das Freak der Natur ist nicht mein Sohn! Victor, bitte. Ihr Vater nicht das. Wir haben nur Angst vor dir. Das ist alles. Tittis! Er wollte also ein Werwolf werden, so wie es aussieht. Ja gut, kann man verstehen bei solchen Eltern. Was jetzt? Das ist hart für ein Kind! Das ist hart. Das ist hart. Einfach mal Rache an den ganzen Menschen nehmen. Okay, Victor, bitte, calm down. Mami? Geht mit ihm, Victor. Ich weiß, dass es noch eine Hoffnung gibt. Okay. Du bist nicht mein Sohn! Nein, nicht so wie das! Nein, nicht so wie das! Jesus! Jesus, das ist kein Hoffnung. Schau, er hat es wieder. Du mich verletzt. Wir sind für ein anderes Show. Schau ihn! Du hast es bereits verletzt. Das ist einfach so schade. Nein! Ich bin mein Mann! Schau ihn an. Das ist einfach so schade. 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 Du Körper ist gut zu den genetischen Materialien. Danke, Doktor. Ich kann euch nicht so viel verletzt. Oh, das ist alles gut. Du wirst mich in ein paar Wochen bedanken. Ich bin sicher, dass du mit den Ergebnissen bist. Also, er hatte eine schreckliche Kindheit. Das ist einfach so schade. So, du wirst, wenn es technisch nicht operierbar ist, diese Prozedur kann praktisch nicht schade die Symptome. Ich werde nicht schade, die Behandlung ist invasiv. Aber es ist, von der Zeit, der beste Weg ist. Oh, danke, Doktor. Ich kann euch sagen, wie ich es empfinde. Du hörst das, Dan? Ich kann euch nicht leben. Alles klar. Das wird irgendwie immer verstörender gerade. Da lang? Da geht's nicht lang. Okay. Mach mal. Okay. Ich werde ein Behandlung. Ich werde das drin. Okay. Ich werde das drin. Schon wieder dieser Stato-Geschäft? Wie es weiter geht auf Hama in der nächsten Folge, bis dann bleibt entspannt, genießt den Tag und bye bye!